Hey, Micha, was geht? Isi, pass mal kurz auf. Okay. An was denkst du als allererstes, wenn du London hörst? An die Königsfamilie, an die Westminster Abbey, an Linksverkehr. Okay, und an was bei Paris? Die Stadt der Liebe und leckere Baguettes. Alles klar. Und bei Amsterdam? An Haschkekse. Und bei was an Malle? Am Fragstuch. Jetzt sag, an was denkst du als allererstes bei Malle? Ich schütz mich weg in Amsterdam, in London und Paris. Am besten ist am Ballermann Mallorca Paradies. Ich schütz mich weg in Singapur, in Dubai und New York. Am besten ist in Arenal, ich bleib hier immer dort. Bleib hier immer dort.